Yo! Willkommen zu einem neuen Video heute mit einer neuen Folge in der Basis Show! Heute mit einer Musik-Challenge, der den meisten Titel erregt hat gewonnen. Und ja, ich glaube, dass Aybeute verliert. Du redest, redest, redest. Was redest du jetzt? Oh! Oh, wenn ich erstmal wüsste, was das alles bedeutet. Ah! Bum! Oh! Hast du gefallen! Hast du dann zu machen. BUM! Geblockt, Digger! So Leute, wir spielen bis 5. Der hier wieder zuerst 5 Punkte hat, der hat gewonnen. Und es sind nur deutsche Titel, von daher legen wir direkt los. Haftbefehl Haftbefehl Erster Punkt für Aibo Es geht weiter 2-0 für Aibo 2-0 für Aibo 2-0 für Aibo Nein, so was nicht Ich muss ganz kurz warm werden Ich hab gar nicht richtig zugehört Können wir noch von Anfang starten? Nächster Track Ah, muss ich auf die Dinge gehen Ist doch kaputt Richtig Raja ist da Raja ist da Raja ist da Raja ist da Und du bist nicht da Glücklich Rekord 2-1, Dig, was ist los? 20 Du musst gar nicht schon mal hier ein Handy Okay, ready? Schlitz oder du? Ich will die Antwort aber schnell Du kriegst die Antwort schnell Nächste Runde 2-1 Warte, 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 warte Er war zuerst Boom Warte, warte, warte 3-2 für Aibo Selfie, erster Jungs, wo war er dein Schwender, Digga? Ich hab das Deutsch ausgesprochen Das war ein 3-2-Dier Der war mir beide Punkte, Bruder Nein Nein Beide alle Punkte, Bruder Null Koffe Gib mir nur 3-1, Rudolf Gib mir nur 3-1, Rudolf Gib mir nur 3-1, Rudolf 3-1, Rudolf 3-1, Digga Leute, Alpohr für 3-1, Raja Du musst nachlegen auf jeden Fall Nee, echt, Digga? Ach wirklich Ich dachte, ich gewinn trotzdem Primo, Raffkommura 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 Ich muss sagen, er ist aufgeholt, ne? 3-2 Was ist da los? Wenn du das Ding hier haben willst, mach die Sache mach Ficks, hör mal Mach mal hier nicht in halbem Lachs, sondern hier Gewinn mal die ganze Sprache, mach mal hier nicht in halbem Lachs So, Leute Alpohr führt Raja hat immer noch ein bisschen nach hinten Aber hat aufgeholt Von daher, nächster Titel kommt Juni, wie hat das? Hey! Ich hab auch nicht gesagt Ich hab auch nicht gesagt Hoppe, Raja Ich hab Juni zu dir auch nicht gesagt Ich hab Juni zu dir auch nicht gesagt Ich hab Juni gesagt, Bruder Ich hab Juni gesagt, Bruder Brauchen wir einen Videobeweis? Juni, wie hat Jungen, 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 wie hat Ich hab' nicht Ruhig den Eindruck So, Leute 3-3 3-3, Digga, alles offen machen Muss man Reißen Halt jetzt mal die Klappe, geht weiter Ja Gämmi, was ist das? Luciano? Dabbi mit Luciano Richtig! Buh! 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 Buh, 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 Buh! Dabbi! Dabbi mit Dabbi mit Dabbi! Dabbi! segunda Buh! Boon, Digga! Boon, Digga! Boon, Digga! Ich hab gesagt, guck in den Rückspiegel. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Boon, Digga! Boon, Digga! Boon, Digga! Wer jetzt gewinnt, ui! Finale! Oho! Finale! Oho! Es wird viel zu viel. Wer jetzt gewinnt, darf den anderen bestraft, beziehungsweise den anderen nicht einfach leiden. Seid mir mal so. Von daher, streikt euch an. Nicht verlieren. Es ist ein Lied, was ihr beide kennt. Kaput, Intro! Boon, Digga! Boon, Digga! Boon! I won gewonnen! I won gewonnen! Aber, was wir jetzt brauchen, ist die Bestrafung, Bestrafung, Bestrafung. Oh, ich hab auch eingeflogen. Echt mal für dich? Ein Flying Dog. Soweit die Bestrafung ist Hundefutter, Lecker Schmecker. Reihelung! Häh, Digga, Mann! Häh, Digga, voll eklig, Mann! Drei Löffel haben wir gesagt, ne? Echt? Zeig mal. Ah, Gönnis hier. Häh, Digga! Häh, Digga! Häh, Digga! Nicht so wenig, Digga! Lass mir erst mal ein bisschen naschen, Digga! Häh, 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 Häh! Häh, 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 Häh Ey, halt mal! Kott, Digga! Digga, es ist zufrieden! Nein, Digga, es ist zufrieden! Nein, Digga, es ist zufrieden! Wir müssen alle gesund sein! Ist okay, Digga, es ist alles gut, Digga! Beim nächsten Mal! Leute, eine Frage! Wer hat Bock auf Merch? Einfach mal in die Kommentare schreiben, würde ich sagen! Hashtag GLC Merch! Hashtag GLC! Alle Reibenballern, die Bock drauf haben! Folgt uns auf Snapchat-Instagram, da laden wir täglich neue Bilder hoch! Auf jeden Fall immer auf den neuesten Sternzeichen, würde ich sagen! Wir sehen uns zum nächsten Mal! Peace out! Ciao!